Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Iron Harvest. Mir bekannt ist, bin ich hier immer noch der befehlshabende Offizier. Das ist mein Feldzug. Ohne meine Ritter und mich säßen sie jetzt noch mindestens 100 Kilometer westlich von hier fest. Sie wurden befördert für ihre Töpferkeit, doch sie sind nicht mein Vorgesetzter. Das Hauptquartier betrachtet dieses Dorf als strategisch äußerst wichtigen Ort. Westlich des Flusses befinden sich starke feindliche Befestigungen. Darum rücken die Ritter von Saxony im Osten vor und nehmen das Dorf noch vormittag. Wir müssen die Westküste sichern. Es gibt zwei Basen, hier und hier. Sobald wir die zerstört haben, ist diese stark befestigte Linie unser Hauptziel. Sicher, nur zu. Wir nehmen inzwischen das Dorf ein. Es ist unklug, ohne Unterstützung zu weit vorzudringen. Sie können umstellt werden. Von drei Seiten. Hallo? Äh, Wilhelm? Hm, dann mal los. Hm. Dass der ihn einfach sagt, fick dich und weiterfährt, das interessiert ihn anscheinend gerade nicht so wirklich, oder? Okay, gut. Wir müssen nehmen die zwei Gegnerischen Basen ein. Darf ich nicht meine Sachen bauen? Der hat hier Hauptquartiere! Vor allem die Ritter von Saxony, ne? Okay, gut. Bereit für Bift, die einzig wahre Art zu reisen. Renatiere, bereit! Äh, Flammenwerfer? Flammenwerfer, bereit! Grimmbad, bereit! Das wird ja interessant. Oh, Pax. Oh, Pax. Da wird er Freude haben. Da wird er Freude haben. Ähm... Was ist denn jetzt schon wieder? Exoskelte, bereit! Brunhildi ist bereit! So, jetzt ist die Frage... Erwarte Befehle! Wo sind... Sie haben bestimmt Paxen dabei, ist jetzt eine Frage, wo Hocken wir sind. Hallo, ich will mich hier aufstellen, aber gut. Da drüben, das ist eine der Basen. Dann zerstören wir sie und stellen uns klug dabei an. Los geht's, Brunhildi! Ja, klug anstellen. Grüße vom Kaiser! Das ist... Ne, das ist die Brunhilde. Ein schlug. Es gab ein Update, also... Er hat ja jetzt... Normalerweise müsste er... Ja, bitte schnell. Ich habe jetzt wenigstens die Klamm... Die Antitanker. Danke. So. Wegmachen. Du sollst tippen. Ich lasse das jetzt mal so stehen, als es der Vollpark. Au. Wow. Stopp! Dieses Stopp auf ihn. Wer kommt auf dich? Ähm. Zack, zack. Mach das weg. Mach das weg. Okay. Warum klappt das auch gar nicht so gut? Hm. Bin unterwegs. Erwarte. Beziehungsweise warum... Sagen Sie uns, bestätige. Äh. Keine unterwegs. Was benötigt der Kaiser? Doch. Sie haben... Was ist hier denn... Was ist hier denn... Was ist hier denn... Was ist hier denn... Was? Was benötigt der Kür den Kreis? Los geht's, Brunhilde. Genau, Brunhilde. Du Dinge. Und zwar jede Menge. Ein Schiff nach dem anderen. Und die Infanterienregier. Verbrennt sie! Ich muss das jetzt eigentlich lieber in Deckung gehen. Für mich soll das lieber in Deckung sein, als die anderen. Weil die Frau... Fuck, 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 fuck. Au. Ist das okay. Wunderbar da. Ich glaube, der ist ja irgendwie gerade ein bisschen verbaut. Was ist denn mit der Fähigkeit bewusst? Das muss ich jetzt gerade nicht verstehen, oder? Na gut. Okay. Da ist eine Park. Da ist eine Park. Da ist eine Park. Nicht ganz toll. Wir warten auf eine Mission. Die Wetter von Sechsen, die kommen jetzt auch nicht wirklich weiter. Was ist der... Was ist der Prinz? Ach, der steht mittendrin, ist fast tot. Ja, läuft, ne? Ähm... Was brauchen Sie? What the fuck? Hilfe, 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 Hilfe. Los geht's von Hilden. Nicht dein Ernst. Nötig der Kaiser. Wir haben einen Ge... Ja! Deck sie mit Blau... Das war jetzt ein bisschen peinlich. Die Lösen sind die Löse. Ich hätte gerne... Ich hätte eigentlich gedacht, dass es ist der Mörser ein bisschen, also das Exoskeletten nicht nur im Neu-Sauber da geht. Irgendwann schein? Wir haben eine Feuerwehr bereit für die Aufmerksamkeit. Dieses Gebiet wurde gesäubert. Wir sollten noch verstanden. Bereit für BIP sehr gerne. Los, heben wir auf. Grimbad bereits, wir brennen auf einen Kampf. Ah, wäre ich jetzt nicht so drauf. Flamme ist wie eine gute Zeitung für den Feindsicht. Ich bin beschäftigt, was geht's? Boah, auf jeden Fall erstmal die Ölpumpe dann konntest. Na, 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 na nicht verstehen warum der einfach sich mal erst mal dafür kommen ich habe nicht doch mal durch also los kameraden sind also na 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 scheiße schweiß den haben wir den arsch versorgt die frage bleibt ich weiß nicht das ist eine stelle also auch zum beispiel auch ob du wenn du eine granat langsam truppen die auch dich gerade zu fliegt und aber du in deckung bist hilft wie viel hilft die deckung da dass du halt lieber in der deckung stehen bleibt und den hit kassiert anstatt auszulaufen und dann erst schnell aufer raus nein 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 auch alles sind wir etwa zu spät dran ich habe neue heileinrichtungen überhaupt keine große lücke hier drin nein 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 das ist nur so aus genau dort sich aber regelmäßig verstärkung gut sagen sie uns was wir tun hallo wir machen wir sind kampfbereit auch ich habe verstärkung bekommen aber die festung ist halt auch genau in die richtung orientiert kam dir denn bitte dann hinter deren linien er hat die festung designt ohne rückendeckung ich meine ja schön dass versteht diese festung nicht wir sind zu allem so machen sie habe ich noch irgendwo ein sony pack ja anscheinend irgendwie nicht also los kameraden befehle bestätigt sagen sie uns was sie tun soll wir haben jetzt den dorfrand erreicht und sie kommandant wir errichten eine sammlungsbasis dann greifen wir die feindlichen stellungen an wir stoßen auf fast keine gegenwehr wir könnten das dorf ganz einfach einnehmen bevor die merken was los ist negativ wir greifen von beiden seiten gleichzeitig an dann haben wir einen fluchtweg für den fall dass irgendetwas schief läuft jetzt anzugreifen wäre sicherer warum geben wir ihnen zeit wartet bis wir da sind das ist alles na schön bauen wir eine angriffsstellung und sorgen für genügend feuerkraft um ihre verteidigung zu knacken neues primär ziel erhalten wunderbar äh genau wir sollen hakus bauen so die klassischen ähm position bestätigt ist das schön und diese griffe die im dritten gegnerische basis da oben ah hier ist das hauptquartier ok also brunhilde möchte ich eigentlich noch ein bisschen leveln mal gucken wo wir auf gegenwärtsstöne großen der kaiser kann auf uns zählen wunderbar also hier möchte ich aber meine base bauen deshalb so jedenfalls mal anweisen jedenfalls ein rückzugsort doch hier ist schon wieder ich würde erwarten neue befehle wartet ihr jetzt wirklich ich verstehe diese exklusiv das ist einfach ein leichter panzer ein dickerer lauf würde nicht so schnell überhitzen was das weiß ich das weiß ich jetzt nicht sogar gar nicht für den dickerer lauf weniger schnell überhitzen ist der was was brauchen sie unsere war und bereit hier wird der haupt jetzt können wir nämlich uns zählen wir werden es bauen in der karte ob und und die das problem das wäre netz hallo oh es macht eine breitseite draus Ich weiß nicht, warum die Kanäle nicht verschießen. Der Feind greift eines unserer Gebäude an. Eine unserer Einheiten ist in den Witterhallen an aufgestiegen. Das ist jetzt nicht so geil, wenn du warst. Ach, das war... Hallo? Okay, ich glaube, ich brauche auf jeden Fall den leichten Panzer. Auffang! Ja, aber werdet ihr selbst nicht selber nie gemäht. Schreiter bereit. Angriffsbefehl bestätigt. Bereits. Was benötigt der Kaiser? So. Oh, mach das Ding aber. Du feindlichen Truppen! Wir sind tapfer! Nicht stoppen! Oh ja, oh Junge! Oh Gott! Ich kriege ja massive Gegenangriff auf den Lapps. Kriege ich den noch raus? Der ist echt... Nee, der kriege ich nicht raus. Da ist halt... Komm! Hallo! Jetzt muss die Kanone nachladen. Äh... Wollte schon sagen, was hat der Fan jetzt schon weg? Neues Spiel! Wow! Nehme die Menü... Oh, komm! Beweck dich! Äh... Ich hätte gern das letzte Gebäude für die Side-Quest. Das kann niemand besser als wir! Hallo! Leichter Panzer, komm! Weiter erwartet Befehle! Abführfeuer! Eine oder ein Teil der Seite ist ein... Abführfeuer! Von... Wow! Juti, ne? Ähm... Gibt's einen... Wir sind hier unterlegen! Rückzug! Ich überleg grad... Also ich bräuchte ein bisschen mehr... Das Lebensblut des Imperiums! Mg-Schützen hier! Ich stelle dir die dritte Basis, die würde ich auf jeden Fall auch noch ganz zerstören. So ist das nicht... Also los, Kameraden! Wir hatten Glück, dass wir es hierher haben! Kanzlei! Also wir sind lieber für die Pause. Hier guckst du mal, was hier raus geht. Was für nötig, der Geiser! Bau an der Schloss abgeschlossen! Werkstatt hier! Ich hätte gern die, die Wotan! Wotan sind cool! Ja, und es führt eindeutig an Ressourcen. Ist das ne... Abbauverrückt! Gebäude-Upgrade abgeschlossen! Unsere Waffen sind solche Mg-Schützen bereit! Wir sind kampfbereit! Pioniere bereit für die Arbeit! Da geht's lang! Gibt's einen Mac, den wir erledigen sollen? Jupp, gibt's sogar! Bestimmt irgendwo läuft gerne rum! Flammenwerfer! 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 Hallo! Nein, Blut, bleib... Ong! Ong! Hallo! Los, mach weg! So, wir laufen jetzt mal mit rein, einfach mal reinmarschieren. Zack, das wollte ich machen. Gratis und einfach. Okay, da war die Granate echt unnötig. Du nicht. Sagte du nicht. Angriff. Okay, das ist keine gute Idee. So, zurück, zurück, zurück. Ich will mich dir aus der Deckung locken. Granaten sind die Lösung für jedes Problem. Bereit unsere Pflicht zu tun. Sagen sie uns, was ihr tun soll. Und. Sagen. Komm. Gut. Gut. Wunderbar. Plan ist einigermaßen aufgegangen. Kann man nicht so gut wie erledigt. Schreiter bereit. Was benötigt der Kaiser? Ich sage, die wahrscheinlich wird jetzt die schnelle Methode von unserem Prinzen die effektivere gewesen sein. Was seien denn, nennen wir es mal. Ähm. Wir brennen auf einen Kamm. Ja, Ungeduldheit. Etwas mehr befeuert. Wir warten auf eine Mission. Wir rücken aus. Was benötigt der Kaiser? Die karsche Truppen nahe unserer Position. Bin unter mich. Unter mich erst so hoch. Boah, ist doch mal ein Witz. Flammenwerfer bereit. Pölfeuer. Eisengesetz. Erschiebt sie. So ein Merk, wenn wir radisieren uns. Was sie hier haben. Gesichert. Wir sind hier und zu dienen. Feuer mit Feuer. Granaten sind die Lösung für jedes Problem. Wir gehen weiter über das Feld. Neue Befehlen. Ich möchte ihn nämlich in eine breitere Anrufsfront verwickeln. Grimbad bereits. Ihr sollt mal. Eine unserer Einheiten ist einen Rang aufgeschnitten. Du hast eine Bereitseitenkanone. Dann muss ich auch nicht umsonst bemanchen. Was brauchen sie? Boah, Julian. Oh, fuck. Es klappt doch nicht sehr gut. Gefällt mir. Was. Hallo? Wow. Wow, 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 wow. Was ist das denn alles? Hilfe! Oh Gott, Hilfe! Das ist jetzt auch nicht welcher Trupp verreckt ist. Ah, hier schießt gar nicht! Jetzt Trupp wegmachen. Also die Front sah jetzt weitaus besser aus als die hier. Ich hab mich nicht... Ich hab überhaupt nicht so ungefühlt mal auch noch. Na, das wird blöd. What the... Gott! Noch sind wir nicht bereit, unsere Pflicht zu tun. Boah, äh, na toll. Ja, ich weiß, was der Trupp verreckt ist. Der da. Boah, der hat das... Na, zu überlebt. Boah, was überlebst du? So. Na toll, ey. Film. Na du nicht, du nicht. Du nicht. Film. Da w잡'haft. Au! Uiuiuiuiuiuiuiui dann habe ich jetzt was mein flammenwerfer ich hätte gerne meine werkstatt wieder wir warten auf eine mission das wird uns gute dienste leisten bereit unsere pflicht zu tun ich hatte in der panik gar nicht eher gedrückt granaten sind die lösung für jedes problem ich hätte gerne auch noch die ölpumpe was hat das denn hier her es erstellt diese basis das ist kann ohne wahrscheinlich nehmen die zerstörer kanon ein oder ich habe vermute nämlich das sehr sehr dicke kanonen sind wir geben alles nicht so schon wieder den bunker hier auf jeden fall jetzt what the fuck was geht denn hier ab abhauen abhauen das ist vollkommen korrekt nein du nicht wir sind kampfbereit befestigung bereit angegriffen ich brauche euch mal hier drin danke die punkte läuft unsere pflicht zu tun ja toll ne danke danke für mich warte nächste wir sind wir sind hier durch die Ich hab jetzt das Gefühl, jetzt kommen die ganzen Mecks. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenraten aufgestiegen. Gebäude auf Great abgeschlossen. Unser Zugang zu den Pensionen hat den Namen von der Welt. Eine unserer Veteranen sind trotzdem zurückgezogen. Außer. Boah, wo kommen die denn her, alle? Ja, ich... Die Probe ist gefallen, Werder. Was läuft da denn alles auf mich zu? Hilfe! Hilfe! Ich hab sofort zwei zersp... Raus. Oh, ich weiß nicht, ob der Panzer da noch rauskommt. Ja, für mich ist der Panzer schon. Und was jetzt? Das ist so drisch, dass der einfach mit in die Basis läuft wieder. Oh Gott, ey. So. Ja. Nein. Äh. Ja, danke für nichts, sag ich da mal. Hoch mit euch. Hallo? Ja, wenn die sich da auch irgendwie verglitschen, das war's überhaupt. Ja, das ist ein Donnerbier. Auf weg! Auf weg! Alles! Und der trug mich auch wieder rauskommt. Äh. Ist so toll in meiner Basis. Was ist denn weg schon wieder? Der Feind versucht unsere Bienen zu erobern. Wir sind von der Front zurück. Wir sind von der Front zurück. Wir sind von der Front zurück. Wir sind von der Front zu viel erfasst. So ein massiver Block einfach. Gott. Was benötigt der Kaiser? Der Feind ist der Weg. Ja, Hilfe! Sieß! Große, große Hilfe! Pui, Pui, Pui! Hau weg den Wild. Das ist ein Foto. Das ist ein Foto. Oh, komm, komm, komm. Komm, komm, komm. WUH! Auf weg! Hilfe! Hilfe!